Willkommen zu einer wunderschönen Runde Let's Play Yu-Gi-Oh, äh, wie heißt es, äh, Dawn of a New Era, mit einem Wichsis, Wichsis, auch wenn es ein Arschloch ist, äh, liebe Dixas, wie jeder von euch sagt, wie ich auch finde, ähm, ist es Yu-Gi-Oh bei uns schon Standard, äh, und, äh, Dixas ist in Ordnung, also, ja, es war manchmal Spaß, aber, egal. So, ich wähle, äh, die Fist. Ha, Forze, ich fang an. So. Hab ich kein Problem, uh, es fängt schon schön an. Oh ja, oh ja. Jetzt kommen gleich, ich bin hier 50.000 Karten von Deck. Wie immer, ey. Du hast 46 Karten im Deck. Hoppla, egal, ist nicht schlimm. Setzen wir uns, äh, okay. Setzen wir das hier. Ich hätte vielleicht einen Soundtest machen sollen, ist mir aber auch egal. Oh ja. Passt schon, wenn ich nimmer nochmal auf. So, setzen wir das noch verdeckt und Endphase. Es fängt mal gut an. Wander. Oh ja, machen wir mal. Was ist das denn? Monster können nicht verdeckt gesetzt werden. Monster, die verdeckten Verteidigungs- Lala. Sollen werden in offener Verteidigungspositionen beschworen. Dann hab ich kein Problem mit, wenn ich ehrlich bin. Doch hab ich eigentlich ein Problem mit. Wie lange bleibt die? Oh. Ficken. Schau. Die hier, dann brauch ich die hier. Was? Wie viele Zauberkarten hast du? Und dann, beschwören. Oh je. Bitch, please. Ich bin ein bisschen stärker. Angreifen. Yeah. Yeah. Was ist die Frage? Mal jetzt sind schon ein bisschen Leben abgezogen. Was? Hallo, ich finde das Duell gerade so interessant. Ich muss schon Käse oder Salah essen. Und zu viel, zu schnell Kohlensäure trinken und dadurch, ja, aufstoßen beim Trinken. Ja, ich will dich warten, warten. Ja, ich warte schon mein Leben lang. Nein, danke. Geist shit ever. Ich weiß, was du hast. Was denn? Irgendwas, was mein Angriff abbricht. War mir klar. War mir so klar. Was? Nein. Was, nein? Müsstest du deinen zweiten Fall nicht aktivieren. Nein. Oh, schein Buster. Nein, sie schickst aus. Naja. So, das Problem ist, ich kann nichts tun. Da. Na ja, eingreifen kann ich dich nicht. Oh. Oh. Warte. Ich will die hier. What the fuck? Achso. Nein. Oh mein Gott. Ich bin so ein Idiot. Egal. Gut, dass du es selbst merkst. Ich kann sie nicht in Verteidigung... Ach, so ein Fail. Okay, okay. Meine eigene Karte wird mir zum Verhängnis. Verdammt. Oh, der Trapmaster. Äh. Ich wollte den nicht gerade einsetzen, aber nein. Los, Link. Geh mit dem Verteidigungsspiel. So, mal schauen. Och, der sieht schon besser aus. Jetzt kommt's, Gash. Irgendein Wixer von uns spielt gleich ein schwarzes Loch. Darauf hätte ich schon. Aber nein, ich hab den hier. So, jetzt irgendwas wird passieren. So, Magic-Fick-Fehler und so. Äh, nö. Nein, aktivierst du nicht. Ich will auch nicht. Aber jetzt, wie kriege ich noch deine Fallenkarte los? Darauf hätte ich. Oh. Achso. Achso. Jetzt kommt's Ritualbeschwörung. Das ist übrigens die Karte, bei der ich eben Moron gelesen hab. Statt Maron. Scheiße, jetzt hört sich aus. Achso. Was ist das für ein Band? Weiß ich nicht. Der hat saugeile Akte. Der Feindikum. Äh, genau. Death. Der hat große Death. Mach mal eins zu Hause. Moron. Mach schon mal. Oh. Ah, was bringt mir? Ich hab eine Zauberkarte, die nicht mehr einsetzen kann. Alter, wir haben so... Junge, wir spielen schon 5,5 Minuten. Und wir haben nur Verteidigung. Ja. Äh. Schwarzes Loch wäre jetzt so ein Arschloch. Oh, jetzt auch schwarzes Loch. Ich spiele mal das Arschloch, ne. Aha. Das ist alles, was ich wegkriege von dir. So, nein, möchte ich nicht aktivieren. Ja, kommt mal was. Danke. Und den greife ich bestimmt nicht an das Arsui-Seite. Rex, Hund. Wieso musst du einen Hund zweitig? Ja. 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 Arschloch. Fuck. Battlephase. Fuck, 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 fuck. Als allererstes machen wir mal den hier weg. Nein, ich will nicht aktivieren. Ich auch nicht. Verdammt. Geil. Drecksteil. Jetzt muss ich alles im Verteidigungswohl setzen. Okay. Aber vor den Punkten stehe ich noch besser als du. Das ist gut. Noch. Noch. Jetzt bräuchte ich schwarzes Loch. Das wird mir so zu... Hast du's gezogen? Du hast echt ein schwarzes Loch gezogen? Nein. Schade. Ich will... Ha. Also machen wir die hier und die hier. Oh, was? Zwei Monster. Zwei Monster. Ja. Wieso? Wieso weiß ich, dass du irgendwas hast? Wieso weiß ich's? Wieso weiß ich's? Ich stelle mich jetzt mal nach hinten. Und warte darauf, dass ich mein Headset wegwerfen darf. Endphase. Boah. Scheiße, Alter. Du kannst mich gleich mit allem... Fuck, was ist das denn? Vielleicht töte ich dich, du Pisser. Was? Jetzt hat du bestimmt schwarzes Anus geknommen. Komm. Komm. Ne. What the fuck? Noch mehr Verteidigung, bitte. Bitch, please. Bitch, please. Ich hab irgendwie... Oh, jetzt ist auch schön. Oh. Ich hab irgendwie den Gedanken, dass mein Plan von nach hinten losgeht. Tut er auch. Warum switchst du den anderen nicht? Darum. Nein. Meine Güte. Zerstör dich. Los. Arschloch. Nein. Will ich nicht. Du bist trotzdem mal... Was? 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 Das ist für alle Karten. Ach, darum hast du gefragt. Wie? 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 Kommt jedenfalls ein Mirror Force? Oh je, ich bin so gefickt. In einem Zug habe ich alles verloren. Alles. Er bringt mir auch nichts. Tja. Meine Güte. Reg mich nicht auf. Ich habe ja eine Karte, die nicht funktioniert. Tja, ne? Ah. Yeah. Weißt du, was ich habe? Deine Mutter. Scheiße. Mann. Ich werde mich so arschhart verlegen. Ja, genau. Ja, machen wir das mal noch so. Ja, genau. 1.000. 5.000. 2.500. Du wirst mich so runterziehen. Oh mein Gott, wir bleiben genau noch 750 Leben. Hast du es gerade ausgerechnet? Ja. Wenn ich es richtig gerechnet habe. Nein, ihr bleibt noch ein bisschen mehr. Ja, 1.750, glaube ich. Naja, 1.650. 2.150? Habe ich jetzt falsch gerechnet? Ja. Ah ja, 2.150. Schwarzes Loch, bitte. Schwarzes Loch, bitte. Schwarzes Loch. Bitte, Schwarzes Loch. Verdammte Scheiße. Ja, ich kann nicht. Warte. Äh. Mann, du verlierst echt immer. Mann, es ist nur... Was? Was ist die so? Was ist die so? Ja, kann ich irgendwie so machen. Meiner sah. Oh, shit. Warte, Puppetspieler. Kann ich den hier drauf verwenden? Warte. Ups. Was ist das für eine Karte? Ups. Es gibt die Angriffe und verringert meine Death. Ja. Eben. Du hast was falsch gemacht. GG. Du Arschloch. Ich habe so scheiß gehört. Ja, komm. Ja, mach ein bisschen Sound schicken. Warte, ja, aktivieren wir die auch noch, weil schön aussieht. Was ist das? Keine Ahnung. D-Tribe. Verwandelt alle Karten in Drachen. Natürlich. Dad fucking Grutschig. Woh. Oh, his head. Hey! Ich habe Leben dazu bekommen, dass er mir so hilft. Wie quäle ich ihn jetzt am meisten? Ach, komm, sind doch mal GL 그냥. Oh gosh. Fuck. Fuck. Vielleicht könntest du mit deinem Hund und mit deinem Riesenstein-Sollat mich töten. Stimmt Fuck Ich bin ein Riesenstein Ach komm, gib mir ein Glück und lass mich eine Karte ziehen Warte, lass mich überlegen Nein Warte, nein Okay, dann runter, es geht morons Ich setze Ritual ein, dass ich nicht besitze Du wurdest von einem Moron besiegt, Replace Jo, das war's schon Wir machen ein neues, jetzt Nein So Ich hoffe, es hat euch das Battle gefallen Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr noch mehr sehen wollt Und ja, bis dahin Tschüss Penis